Musik 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 Das hier ist mein Büro. Musik Hier erledige ich meine Geschäftskorrespondenz. Ich treffe meine Geschäftspartner, alles was per Internet läuft und natürlich auch manchmal zu einem kleinen Gespräch mit Geschäftsfreunden kann man sich auch dort zurückziehen. Und mein Assistent und ich, wir leiten von hier aus die Firma. Naja, Tanja und Kladysa werden sich schon zusammen rauf. Ja, das hoffe ich auch. Allerdings müsste Tanja erstmal auftauchen, selbst Sebastian weiß nicht, wo sie steckt. Musik Respekt. Diese Räumlichkeiten machen was her. Der Vertrag, der Generalschlüssel, nur Tanja und der Hausmeister haben noch einen. Musik Hier kommen wir zur Designabteilung. Hier werden verschiedene Stoffe ausgesucht, Muster angeschaut. Musik Stilrichtungen designt und entworfen. Verschiedene Farben von Nähgarn. Alles was man braucht, um Kleider zu entwerfen und zu nähen. Greffin Anstetten hat doch die organisatorischen Abläufe der Firma neu strukturiert. Was, das, das sollten wir niemals bis zur Eröffnung. In meiner Firma arbeiten nur die Besten. Wenn sie das überfordert, da ist die Tür. In einer Stunde erwarte ich die ersten Entwürfe. Hier befinden wir uns in unserem Fotostudio. Hier werden die Aufnahmen mit unseren Models gemacht für die neuesten Kollektionen. Das hier ist mein Penthouse. Hier wohne ich. Meine Enkeln sind bei mir eingezogen. Hier entspanne ich mich und genieße den Blick über Düsseldorf. Ja, das Set ist ganz großartig und das inspiriert auch. Und dann fällt es nicht schwer, eine, sagen wir mal, reiche Dame der Düsseldorfer Gesellschaft zu spielen, wenn man das richtige Ambiente hat. Für Clarissa ist es genau richtig, aber für Issa Young, da muss sie aufs Land, um sich richtig wohl zu fühlen. Ich habe es hier sehr gerne großzügig. Was ich besonders hübsch finde, ist dieses Bullauge hier. Sie kann also immer ihre ganze Firma von ihrer Warte aus betrachten. Ich finde das ganz großartig. Sie hat alles im Blick und ist trotzdem privat. Ich hoffe, es hat euch gefallen zu sehen, wie Clarissa lebt. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen.